Mein Name ist Christoph Wulff. Wir betreiben den Betrieb schon seit der dritten Generation mittlerweile. Wir haben LOXET zum ersten Mal 1997 kennengelernt. Jetzt im Moment haben wir zwei 8H Harvester, eine 8H GTE, eine Achtradmaschine und jetzt ganz neu wie im Hintergrund zu sehen, den 8H GTE als Hybridmaschine. Wo ich zum ersten Mal gefahren bin, habe ich sofort so einen kleinen Aha-Effekt gehabt und man wusste, da ist etwas Besonderes in der Maschine mit der Hybridtechnik, die noch mehr Kraft freigibt für den Moment, wenn man sie braucht und da war schon wirklich eine kleine Überraschung dann auch zu merken. Die Arbeit läuft wesentlich flüssiger durch das Hybridsystem. Dadurch, dass die Leistungsspitzen durch den elektrischen Teil gebrochen werden, kann ich wesentlich flüssiger arbeiten. Ich habe wesentlich eine höhere Effektivität bei der Arbeit, gerade wenn es in schwierige Bedingungen geht, steiles Gelände, schweres Holz. Und der nächste Vorteil ist, durch den Hybridteil habe ich auch eben die Kraftstoffersparnis und die CO2-Einsparung, was auch ein sehr, sehr wichtiger Vorteil für mich ist. Lockset trägt sicherlich dazu bei, dass die Arbeit Spaß macht und das ist für mich das Wichtigste. Wenn Arbeit keinen Spaß macht, kann man nicht erfolgreich sein und man kann auch keinen anderen motivieren, erfolgreich und Spaß bei der Arbeit zu haben.